Hier ist Svenny. Jetzt, wenn du versperrst, die siehst. Die sie nicht versperrst du. Ja, ich habe jetzt Priorität hier. Wenn hier überall Dreckung liegt, dann sehen die Leute auch. Ja, aber du stehst ja nur rum und machst nicht. Ich wollte hier mal gucken, was hier los ist. ... Halleluja, Halleluja, Halleluja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Applaus